Moin moin und willkommen zurück zu Viva17, Kermus, mit dem Max von natürlich wieder mit mir, dem Dominik. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge haben wir gegen Hertha BSC gespielt und wir haben 1 zu 1 gespielt. Der gute Juru dachte sich in den letzten zwei Minuten, nee, den Ball, den lass ich mal zu den Gegnern. Ja, und dann in der 88. Minute oder 89. Minute ist das 1 zu 1 für Hertha gefallen und ja, leider nur ein Punkt dafür in der nächsten Folge, im nächsten Spiel, so meine ich das, holen wir uns die drei Punkte und wir können wieder trainieren. Und zwar werden wir Wood trainieren mit Chancenerarbeitung, damit er auch mal besser wird. Lassoga genauso, beziehungsweise, nee, der macht, der macht, der macht, der macht, der macht Durchsetzen. Und dann werde ich mal unsere Torhüter wieder ans Werk lassen. Und zwar war das Bradley Louis, der, oder Louis Bradley, der wirklich, ähm, eine Menge Potenzial hatte. Aber auch hier Morgan, lassen wir mal wieder ran an den Speck, ähm, dazu, oh, wem nehmen wir denn? Den? Nee. Jogo Nevis nehmen wir mal, der macht Durchsetzen und dann ist gut. Wir simulieren das diesmal alles. In der nächsten Folge spiele ich das wieder, weil diese Folge wird wieder ein bisschen kürzer. Die werde ich auch wieder im Spiel ein bisschen kacken, äh, kacken, kacken, also schneiden. Hört sich an wie kacken. Ähm, ja. Also, wir haben ja auch noch eine kleine, äh, Pause. Oh, na dann, oh. Und der Elfenbeinküsse, ja wunderbar. Ja, aber, nee, ich muss beim HSV erste Erfolge sammeln, bevor ich irgendwo hingehen kann. Ähm, oh. Oh, schließe im Karriermodus eine Markenpräsenzziel ab. Ja, was habe ich denn gemacht? Kann ich das denn ändern? Stimmt, da gab es ja auch mal, äh, eine Frage über WhatsApp, wie ich das, wie man das ändern kann. Ähm, will ich auch mal gerne wissen, wie man was ändern kann. Äh, wie mache ich, wieso habe ich 25 Millionen aus, äh, Trikotverkäufen bekommen und sehe hier nichts von dem Geld? Muss er hier irgendwo auch was ändern können, oder nicht? Vielleicht der ein wichtigen Spieler für die erste Mannschaft, Position, Stürmer. Wieso ein Stürmer? Wir haben doch zwei gute Stürmer, verstehe ich schon wieder nicht. Und wir gehen mal hier auf Büro, hier muss man ja irgendwo, ah, hier sehen wir das. Einnahmen. Das ist gut. Eine Transaktion, Trikotverkäufer, Halilovic kostet Schlazogga. Hm? Reisekosten, wohin das denn, das, da, nach Berlin, wozu brauchen die 40.000? Einmal ernsthaft. Nachwuchszentrum, okay, Trikotverkäufe. Wo kann ich das denn jetzt hier ändern? Ja, warum habe ich fast 70 Millionen, ey, kann man da mal irgendeiner mal erklären? Vorstand, ich muss ja hier irgendwas ändern können, oder nicht? Ich mache auf jeden Fall mehr Ausgaben als Einnahmen, das ist schon mal gut. Ähm. Ich kann ja auch nichts machen, wa? Dieser Scheiße da. Stahl ja und da halt. Man muss ihn dafür aber zahlen. Kann ja auch eine Ständer. Ey, was ist denn das für eine Kacke? Dann machen wir mal so. Na, weiter. So. Vorstandserwartungen. Vielleicht kann ich da hin? Ne, das ist ja das schon wieder. Hm. Das ist scheiße. Hm. Das muss man doch hier irgendwo machen können. Hm. Oder ist es einfach so, ja, ist da, aber kann man nichts machen, oder was? Ich muss doch auch sagen können, ja, okay, verkauf mal mehr oder zahl mal mehr für die Tickets. Hm. Das ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei hier, oder? Hm. Das ist ja scheiße. Also irgendwo muss man ja hier machen können, oder nicht? Nee, kann man nicht. Das ist gut. Immerhin, ja. Können wir das sehen? Aber, äh, können nichts machen. Ja. So. Dann werden wir einfach mal Walsch mit jetzt hier trainieren. Chancenerarbeitung. Ah, ist das eine Scheiße, ey. Ähm, Yatta machen wir mit Durchsetzen wieder. Und diesmal wird er auch ein bisschen in der Torwo... In der El Rondo machen. Sowas muss er ja auch können. Genauso wie Diogo Neves, der macht jetzt auch mal... Ja. Ja, Chancenerarbeitung. Klingt auch mal gut. Genauso wie unser Silviera. Silvai, Elviera. Wie auch immer. Chancenerarbeitung. Los geht's. Alles simulieren. Chancenerarbeitung. Ja gut, Chancenerarbeitung haben wir noch nicht gemacht. Ja? Aber Chancenerarbeitung können wir mal machen. So, drin ist das Ding. Jo, drängst du mich da einfach weg, ey. Setz dich doch mal durch, da. Ach, hallo, Spiel ab. Kennst du dieses Wort Pass? Spiel. Oh, lol. Der Ball ist doch heiß. Och, komm, ey. Man kann doch wohl mal hier irgendwie ein Kopfballtor machen. So toll, da war draußen. Hab ich gar nicht gesehen. Hm. Ja, das ist scheiße, wa? Das ist schlecht. So, Bobby Wood. Jetzt haben wir hier drei Stürmer, ey. Alter, wo haust du das denn Ding, ey? So, Wood. Och. Weißt du, ich kann zwar mit Boot und Lasocker hier spielen, aber die Pumpe kriegt Dings. Wildschmidt. Oh, nicht schlecht, oder? So, komm, Wildschmidt. Wildschmidt. Das war kein guter Schuss. Den werden wir jetzt so reinknallen. Oder auch nicht. Oh, das war schlecht. Nein. Oh. Du Held, ey. Schade. Ach, der ist ja gar nichts drin. Im Tor. Ach, super. Sein Schuss war sowieso scheiße. Junge. Oh. Wäre der geil gewesen, wäre der reingegangen, oder? Oh, komm, da war mehr als nur 100 Punkte. Komm, bleibst du hier. Ja, komm, du brauchst nicht hinterherlaufen. Ah, komm, ein Versuch geht ja wohl hier noch. Den hab ich festgehalten, ey. Ach, komm. Ach, komm. Ey, ehrlich. Also, mehr aufs Tor ziehen geht ja wohl nicht, oder? Oh, selbst Bobby Wood macht den nicht rein, ey. Naja. Jetzt krieg ich auch noch eine volle Nase wegen nichts, oder was? Alter, Sucker, ey. Du bist so beweglich, ey. Wie so eine Kuh. Ja, der ist drin. Hm. Oh, Alter, ey. Also, die Flanken in diesem Spiel, ne? Hm. Scheiße, ey. Irgendwie. Oh. Oh, komm. Mann, selbst angeschnittene Schüsse gehen nicht. Links kann er auch nicht schießen. Hä? Ey, ganz ehrlich, ich drück da nur kurz rauf. Lauf doch nicht hinterher. Du bist sowieso zu langsam, ey. Meine Herren. Wo schießt denn du hin? Boah. Ey, der ist auch echt wirklich wie ein Stück Steak, ey. Boah, das war schön. Aber nicht gut. Der Schuss war so scheiße. Boah. Von, das dauert auch immer noch 20 Sekunden, bis der dann mal merkt, okay, den kriegt er nicht mehr. Ja, jetzt doch. Komm schon, ey. Alter, ich kann das sogar, ey. Ich sag ja, im letzten Spiel schon. Der Sturm doch nur so gut wie René Adler, ey. Ja, nächster Einer, ich hab keinen Bock mehr. Scheiße, jetzt hab ich nächster Einer gedrückt. Oh nein, jetzt muss ich das so noch machen, ey. Jetzt wird das wieder hier in so eine Evi. Jetzt aber. So. So, erstmal 1500 Punkte gesammelt hier. Nochmal 1500 Punkte gesammelt hier. Nochmal 1500. Alter, ey. Ey, der nimmt das auch immer noch vom letzten Mal, ne? So. Ah, komm, lädt mich doch am Arsch, ey. Ey, hallo. Ich hasse das, wenn ihr das noch vom letzten Mal nehmt. So, jetzt aber. Boom. Ach, komm. Beim Neuen versuchen, ey. Das scheiße jedes Mal. Das war kein Foul, ey. Das erklärt mir mal einer. Oh. Läch mich doch am Arsch. So, jetzt ruhig. Super. Da ist ja schön. Das war schlecht. Das war noch schlechter, ey. Also, bei Durchsetzen hier, ey, hab ich immer meine Probleme. So, jetzt aber. Weißt du, was Ergebnisse ansehen? So, ich hab jetzt die Schnauze voll, ey. Ich will spielen. So. So. All der Rest kann simuliert werden. Meine Herren, ey. Mach mich dann fertig hier. Boah. Schon wieder aus der Puste, da. Ist ja aktuell Länderspielzeit. Gestern hat ja Deutschland gespielt gegen San Marino, glaube ich. Und wir haben einen Jugend-Scouting-Bericht wieder mal. Das ist doch schön. Ähm. Ach, der klingt doch ganz interessant. Den verpflichten wir doch. Der Rest, den könnten wir auch noch verpflichten. Ja, den Rest, den lassen wir erstmal beobachten. Und. Spielen denn jetzt endlich mal. Wir bleiben bei dieser Ausstellung. Ich werde da nichts dran ändern. Falls das irgendjemand da unten unter die letzte Folge geschrieben hat. Ich weiß es ja noch nicht. Nehmen wir mal, meistens nämlich immer eine Woche im Voraus auf. Also so am Wochenende. Nehme ich drei Folgen auf für die nächste Woche. Also nicht wundern, falls das mal nicht alles so schnell klappen sollte. Damit ihr auch mal einen Blick über die ganzen Kulissen dahinter habt. Könnt ihr sonst auch mal Instagram oder... Apropos Instagram. Ich finde das ja mega geil. Also damit hätte ich selbstständig nie gerechnet, dass irgendeiner Instagram-Seite... Oh, scheiße. ...erstellt. Ja, so eine Art Fanpage. Sagt man jetzt Fanpage? Weiß es nicht. Klingt so scheiße. Ähm. Oh, das war ein schöner Schuss. Hätte ich nie mitgerechnet. Finde ich mega geil. Vielen Dank dafür. 10.775 Punkte. Easy Game. So, dann wünsche ich euch viel Spaß mit Frank Putschmann und Wolf Fuss. Es ist angerichtet. Freuen wir uns auf 90 Minuten tollen Fußball aus der Bundesliga. Und damit herzlich willkommen zu dieser Partie von Wolf Fuss und Frank Putschmann. Und ich kann mich nur anschließen. Tolle Atmosphäre hier. Wie eigentlich immer in der deutschen Elite-Liga. Hoffen wir, dass die Partie da mithalten kann. Heute sehen wir Borussia Mönchengladbach gegen den HSV. Wie würdest du die Gäste einschätzen? Sie zeigen bisher richtig gute Leistungen in dieser Saison. Und so könnte es tatsächlich hoch hinausgehen. Zumindest Stand jetzt sind sie sogar ein Anwärter für die Euro-Liga. Der Hamburger SV will heute sicher mehr als beim Unentschieden in der letzten Auswärtspartie, als es gegen Hertha BSC ging. Für viele ist dieses 1 zu 1 ja eher glücklich zustande gekommen. Heute dürfte es dann nochmal ein gutes Stück schwieriger werden. Der eingefleischte Fan der Borussia denkt ja immer noch gerne an den Bökelberg zurück, Buschi. Dabei muss man sagen, dass die Gladbacher mit dem Borussia-Park heutzutage ein wirklich schönes Stadion als Heimstädter haben. Aus dem Potenzial, das die Stadt Hamburg eigentlich bietet, macht der HSV zu wenig, finde ich. Aber das ist ja leider nichts Neues. Es war wieder mal Unruhe, Chaos und dann kann das nichts werden. Letzte Saison ging es langsam wieder aufwärts. So, Gladbach hat Anstoß und es geht los. Gladbach in Weiß, von links nach rechts gegen den HSV, in Pink von rechts nach links. Wir wollen heute gewinnen, das sage ich jedes Mal, aber ich sage es immer wieder. Weil wir haben einfach mega schlecht gespielt in den letzten 2 Spielen und wollen jetzt wieder mal 3 Punkte sammeln und wollen unseren Vorstand mal wieder und unsere Fans begeistern, aber so definitiv nicht. Nicht so. Nicht so. Und auch nicht so. Alter. Oh, Drimmitz, den hätte ich auch gerne in meinem Team. Weil, ja. Den fand ich eigentlich immer gut. So, jetzt. Oh, schöner Pass von Lasogar auf Bobby Wood und Bobby Wood. Der macht ihn, der macht ihn. Und wieder mache ich ein Tor auswärts, ja. Ich kann wieder keine Tormusik machen. Yes. Der erste Schuss hätte schon sitzen müssen, ey. Aber schöner Pass von Lasogar, du. Ey, ich hätte gelacht, hätte er den, hätte er den rüber geschossen. Na, freue ich mich, du. Na. Ich finde das so cool, dass man jetzt zu seinen eigenen Trainer stellen kommt, ey. Oh, hättest du den bekommen, du, ey. Das wäre gut gewesen. Das wäre super gewesen. Aber jetzt ist Luis. Scheiße, ey. Aber jetzt merken wir hier schon beim Auftreten hier der ersten paar Minuten, ey, merkt man schon, der HSV will diesmal. Der HSV will diesmal. Jetzt wieder Bobby Wood. Schön gemacht. Bobby Wood. Oh. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Oh. Da ging es nicht anders. Da ging es nicht anders. Aber diesmal, diesmal bin ich, bin ich konzentrierter. Also man merkt das auch immer direkt. Ob ich, ob ich sappel und dann scheiße spiele oder ob ich scheiße ruhig bin und oh. ob ich scheiße ruhig bin und scheiße gut bin. Komm, Nikolai, du bist ja wohl schneller. Oder auch nicht. Einwurf geben. Oh. Ey, wir fühlen 1-0. Das reicht doch nicht. Ganz ehrlich, das geht nicht gut. 61% Ballbesitz, ey. Prozent Ballbesitz. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. So ein Pass, ja. Muss man wieder meterweit hinterherlaufen. Das geht nicht. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für Borussia Mönchengladbach. Dann geht es zu Hause gegen Bayern München. Da sollten wir wieder vor dem Wohl. Er versucht's mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. Scheiße, ey. Ich hätte mal was wehren können. Aber die Chancenverwertung hier in diesem Spiel ist einmal miserabel von beiden Teams. Super Pass. Super Pass. 1-1 wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt die Flanke. Das war nicht so einfach zu lösen, aber gut gemacht vor Abwehrspieler. Ehrlich, das ist unfassbar hier. Die Leistung hier jetzt auch beim ASV ist einfach so schlecht. ein ganz normaler Pass, ey. Kommt nicht an. Bei gar keinem Spieler, ey. Das ist unfassbar. Ich könnte mich einfach schon wieder aufregen, ey. Warum sollte ich mir einen neuen Stürmer kaufen, ey? Wenn der Vorstand mal die Abwehr sehen würde, dann würde er, ja, okay. Da kommen sie sich im Verteidiger. Mann. Ja. Kleber, ey. Es ist nicht mehr auszuhalten. Ehrlich, diese Verteidigung ist dermaßen schwach. Mit Spice wäre ich nicht hinterher gekommen. Kleber ist einfach schlecht. Und mit der Faust kann er hier retten. Und da ist der Torwart da. Er hält das unentschieden fest. So. Das dauert mir hier zu lange. ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Das könnte gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Kostlitsch. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Das war nicht gut vom Torwart. Und die Schuhe. Ja. Der Ball ist im Netz und jetzt liegen sie vorne. Was für ein Geschenk vom Torhüter. Das nimmt er natürlich an. Aber trotzdem am Ende musst du auch den erstmal verwandeln. Und das hat er konzentriert getan. Ey. Ich lag schon wieder erheizig auf dem Boden. Aber dann habe ich gesehen, oh, der Ball wird wieder kurz kommen. Kostlitsch. Nächstes Mal bitte machst du den rein. Sehr gut aufgepasst. Das könnte die Chance werden. Da kommt der schnelle Einwurf. Höh? Gutes Zuspiel. Höh? Oh, Reni Adler, ey. Ohne Spaß. Yes. Das ist eine Granate. Das ist eine Bombe. So, jetzt. Jetzt. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Ey, ich fasse es nicht. Warum läuft Bobby Wood nicht hinterher und warum spielt er nicht eher, ey? Oh, Mann. Oh, diese Flanke. wenn ich das da schon wieder sehe, ey. Und das war ein Spiel, Schiri. Warum habe ich jetzt hier so eine scheiß Pissfliege auf dem Monitor? Jetzt klebt die da weil ich die erschlagen habe. Oh, die Pässe kommen heute einfach wieder nicht an, ne? Ich könnte ehrlich... Jonas Hoffmann. Hinder! Alter. Alter. Stindl! Den Ball hat er nicht voll getroffen. Ja, und deshalb der Abschluss auch nicht platziert genug. Steh auf! Steh doch auf! Steh doch einfach auf, ey! Immer dieses Rumgeheule. Juru! Juru! Pfff! Ho, 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 ho! Den muss man als Verteidiger auch erst mal machen. Auf jeden Fall gut für die Tordifferenz, das Ding, ne? Ein weiterer Treffer in der Nachspielzeit. Ja, die lassen hier wirklich keine Gelegenheit aus. Ho, ho, ho! Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regier Schönes Ding, Juru. Heute war es mal wieder gut. Heute war es mal wieder gut. Es ist alles mal wieder gut gemacht. Ach, Gott sei Dank, ey. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ho, ho. Ey, die kommen hier einfach so ganz... Juru. Juru. Ohne Spaß. Also, wenn der mal nicht heute Spieler des Tages ist oder René Adler wieder. Ne, weiß ich's auch nicht. Yes! Das Spiel hätte besser ausgehen müssen. Aber ich bin zufrieden, so wie es jetzt war. So, wir gucken uns mal kurz die Bewertung an. Juru. 8,9, ey. Ist nicht Spieler des Tages, ist Lasogger. Sehe ich jetzt. Ich dachte, so gelb, jawohl. Aber er hat ja das in der gelben Karte. Aber warum Lasogger eine 9,1 bekommen hat, weiß keiner. Obwohl der schöne Pass vielleicht am Anfang. Der war vielleicht sehr, sehr ausschlaggebend. Das stimmt. War doch... War das Lasogger? Ja, ich glaube schon. Das Spiel war so so la la. Also, wir müssen unbedingt wieder was machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und auch das nächste Mal wieder dabei sein, hier bei FIFA 17. Kernmodus mit dem Asso und mir, den Dominik. Tschüss, haut rein, habt noch einen schönen Tag. Ciao.